Kurze Frage, kurze Frage. Wollt ihr dieses Lied lieber drinnen, dieses Lied lieber drinnen feiern oder draußen? Draußen? Okay, dann machen wir es. Aber ihr müsst mit singen, Toppick. Aber drinnen ist doch lauter. Wer ist für drinnen? Wer ist für draußen? Was wollen wir machen? Okay, let's go. Meine Fans sind wie ich. Ich bin wie meine Fans. Was wollt ihr von mir? Es gibt tausend Menschen wie mich. Vielleicht auch Millionen, vielleicht auch Milliarden, vielleicht wirkt die ganze Welt heile von mir. Dr. Jota, meine Fans sind suizidgefährdet. Die Medizin, die andere Vitamine und Wissen gerne. Leben unter der Brücke und füttern Vierteltausend. Manche von ihnen müssen drücken, damit sie glücklich aussehen. Meine Fans studieren im dritten Semester. Sie wissen nicht, wer sie sind und nix von der Sitzung von gestern. Sie nehmen Drogen, um Kommilitonen zu tolerieren. Sie nehmen Drogen gegen den Weltschmerz und tolerieren. Meine Fans sind frische 16 und überreizt. Sie fühlen das Chaos und sind Tage übernächtig von Übelkeit. Meine Fans sind zukunftslos. Meine Fans nennen deine Fans Uweko. Meine Fans, sie schmeißen Pappen und Teile. Sie können fast jede Zeile, denn leider mach ich das Gleiche. Sie hören Metal und geben nun Dreck auf den Kani-Sweater. Harte Rapper auf die Bessie setzen und Rhabarberblätter. Sie leiden unter bösen Entzug, denn für die meisten Weiber sind sie nicht gewöhnlich genug. Meine Fans, sie laufen in die Schulen und schießen. Natürlich nur in Computermatrizen. Sie zeigen lappend auf Männer mit schulen Frauen und Gesut und tragen meistens keinen Schmuck aus einer. Meine Fans sitzen in der Nerven-Keil-Einstein und sind dort introvertiert, insofern das Teil reinknallt. Meine Fans bitten zu Dämonen und teufeln sich hin zu jeden komischen Leuten, die Omas erdeuten. Manche sind einfache Menschen, die gern Verrücktes tun und dann mitsamt an Schuhen applaudieren und flüstern. Sie fühlen so viel, um in dieser Welt klarzukommen. Jeder kleine Denkwort will dir nie in ihren Köpfen zum Marathon. Meine Fans sind kleine Soldaten. Die meisten von ihnen wissen, wie es ist, in Scheiße zu baden. Manche stehen einfach auf verrückten Rap. Ich tu mein Teil für die Gemeinschaft und rück auf Rap. Bring die CD in die Läden und dann komme, was will. Vielleicht landen die meisten Gleis in einer Tonne mit Müll. Alle. Meine Fans sind wie ich. Ich bin wie meine Fans. Was wollt ihr von mir? Es gibt tausend Menschen wie mich. Vielleicht auch Millionen. Vielleicht auch Leger. Vielleicht sind die ganze Welt Teile von mir in sich. Meine Fans sind wie ich. Meine Gleis. Meine Fans. Was wollt ihr von mir? Es gibt tausend Menschen wie mich. Vielleicht auch Millionen. Vielleicht auch Milliarden. Yeah. Meine Fans sind in der Flasche und trinken, um an Tag und Nacht die Notenacken zu pinkeln. Manche prügeln sich mit anderen Tüten, um kühlen zu können. Und stehen auf hälte Pussis mit riesigen Tüten und Pumps. Manche stehen auf Tuten mit karierter Bluse und Brille. Sie fragen sich, was die da unten machen. Und rufen um Hilfe. Und meine Fans sind kleine Geniesten, um die großen Muster erkennen zu können. Reichtheit, wenn die 20 von ihnen sind nicht mehr als geistig gegrüttelt. Sie könnten feine Speisen und fressen drei aus der Schüttel. Viele von ihnen kommen mit normalen Menschen nicht klar. Sie fühlen sich alleine und leiden unendliche Qualen. Meine Fans lieben diesen schwarzen Humor und fragen Trauernde, was hast du heute Abend vorvor? Und sie spacken auf Party, küsst die ganze Meute. Sie astihocken für manche Ideen von gestern, heute im Knast. Oft kommen sie nicht in Discos ein, weil ihre Sweater nicht witzern und sie sich nicht entvergleiten. Viele von ihnen reden mit dem ewigen Kampf mit den Eltern, die ihre Kinder so haben wollen, wie sie damals nicht selbst waren. Meine Fans sind ein Zeichen der Zeit und wo meine Mucke läuft, ist die nächste Streife. Ich weiß, sie kreisen mich ein und setzen sich mein Pampleten zu weh. Sie könnten mich einsperren, doch meine Fans werden jeden Tag mehr. Meine Fans sind wie ich, ich bin wie meine Fans. Was wollt ihr von mir? Es gibt tausend Menschen wie mich. Vielleicht auch Millionen, vielleicht auch Milliarden, vielleicht kriegt die ganze Welt Teile von mir in sich. Meine Fans sind wie ich, ich bin wie meine Fans. Was wollt ihr von mir? Es gibt tausend Menschen wie mich. Vielleicht auch Millionen, vielleicht auch Milliarden, vielleicht kriegt die ganze Welt Teile von mir in sich. Danke! Vielen Dank.